Ich will mit Regeln mein Postfach besser organisieren. Mein Name ist Pirmin Lehner. Ich erhalte immer mal wieder vom Servicedesk eine Infomail. Gut, die könnte ich ja vorzu wieder löschen, aber vielleicht aus irgendwelchen Gründen möchte ich auch Mails behalten. Ich gehe hier auf mein Mailkonto, mache einen Rechtsklick und erstelle einen neuen Ordner, beschrifte diesen Ordner, Enter und sofort ist der Ordner hier verfügbar. Ich kann diesen Ordner auch packen und dort einbüscheln, wo mir das passt, vielleicht hier. Ich gehe wieder zum Posteingang und ich könnte nun eben diese Mail von vorhin packen und hier auf Servicedesk tragen und wieder loslassen. Dann müsste ich das ja aber jedes Mal machen. Ich will nun eine Regel erstellen, die genau diese Arbeit automatisch erledigt. Ich mache hier auf diese Mail, ich habe hier unten noch eine solche Mail, einen Rechtsklick, gehe zu Regeln und sage hier Nachrichten vom Servicedesk immer verschieben. Hier erscheint nun dieselbe Ordnerstruktur, wie ich sie hier links auch habe. Also wähle ich nun den Servicedesk aus, das habe ich vorhin ja gerade erstellt, diesen Ordner, sage OK und die Mail ist verschwunden. Sie ist nicht mehr im Posteingang, sondern jetzt im Servicedesk hier. Aber es sind nicht nur zwei drin, sondern alle vorherigen wurden auch sofort hier hinein verschoben. Ich erstelle auf eine andere Art eine Regel. Ich mache hier bei ganz Nadja einen Rechtsklick, gehe wieder zu Regeln und sage hier, ich will eine spezielle Regel erstellen. Hier wähle ich die Bedingungen. Ist die Mail von ganz Nadja oder enthält sie einen bestimmten Betreff, aber der kann ja immer wieder ändern, oder wurde sie gesendet an, natürlich nicht an Nadja, sondern an mich, aber das erste macht Sinn, von ganz Nadja. Was soll dann passieren? Soll dann einfach eine Benachrichtigung auf dem Bildschirm erscheinen? Soll Sound wiedergegeben werden oder in einen Ordner verschieben? Ja, das will ich. Und in welchen Ordner? Natürlich nicht Servicedesk, sondern ich wähle nun den Ordner aus. Entweder erstelle ich jetzt einen neuen Ordner oder wähle einen bestehenden aus. Also hier bestimme ich, was passieren soll. Ich sage mal direkt in den Kübel. Okay. Okay. Hier werde ich noch gefragt, ob denn jetzt diese Regel gerade angewendet werden soll. Also alle Mails von Nadja, die ich jetzt im Posteingang habe, die werden dann sofort in den Kübel geschmissen. Jawohl. Anwenden. Okay. Und auch alle zukünftigen werden dann direkt verschoben. Ich zeige noch eine dritte erweiterte Möglichkeit, wie Regeln erstellt werden können. Ich habe hier eine Mail von Adobe. Ich mache einen Rechtsklick auf diese Mail. Regel. Regel erstellen. Hier wähle ich Erweiterte Optionen. und bestimme nun den ersten Schritt. Welche Bedingung soll denn geprüft werden? Ja, gerade die erste hier, wenn sie von Adobe ist. Dann soll etwas passieren. Und Sie sehen, diese Regel wurde hier unten bereits aufgelistet. Man könnte das hier wieder ändern. Zweiter Schritt. Ich klicke auf Weiter. Es erscheint eine lange Liste, was denn jetzt mit diesem Mail passieren könnte. Ich könnte einen Zielordner bestimmen, kategorisieren, ausdrucken, einen Sound wiedergeben. Also unglaublich. Ich sage doch, ja, einen bestimmten Zielordner. Wenn ich das hier wähle, wird das hier unten aufgelistet, aber der Zielordner ist noch nicht bestimmt. Ich klicke auf das Wort Zielordner und bestimme den Ordner. Das soll nämlich direkt in den Junk-Mail-Ordner verduften. Okay. Und weiter. Bei dieser Liste könnte ich noch irgendwelche Ausnahmen bestimmen. Also schon in den Junk-Ordner, ausser wenn. Und Sie sehen hier all diese Bedingungen. Das will ich nun aber nicht. Ich gebe auf Weiter. Ich gebe dieser Regel noch einen kurzen, knackigen Namen. und bestimme mit einem Haken an dieser Stelle, dass diese Regel auf alle Adobe-Werbemails jetzt angewendet werden soll. Die Regel ist aktiviert und fertigstellen. Ab sofort und in Zukunft werden also alle Adobe-Mail direkt in den Junk-Mail-Ordner verschoben. Welche Regeln habe ich denn bereits eingerichtet? Oder vielleicht ist mal eine Regel auch falsch definiert. Gehen Sie im Startregister zu Verschieben, zu Regeln, Regeln verwalten. Alle definierten Regeln erscheinen hier. Hier unten wird es genauer beschrieben, was denn diese Regel macht. Sie können diese Regel löschen oder die Regel ändern. Also hier ist die Regel zentrale. Und Ihr Postfach wird schnell viel aufgeräumter aussehen, weil Outlook automatisch für Sie sortiert und einordnet. Das war's.